Güstrow erleben, gewohnt anders, mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Dieter Maschine Birr, der Frontmann der Rockgruppe Die Pudis, kommt nach Güstrow. Im Rahmen der Reihe AWG Buchlesung erzählt er im Dialog mit Kai Suttner am Mittwoch, dem 27. September um 19 Uhr in der Viehhalle, Episoden aus seinem bewegten Leben. Zu hören sind auch einige Songs aus seinem neuen Album. Zur aktuellen Sonderausstellung, Es geschieht enorm viel Unfug mit Fotos, veranstaltet die Ernst-Barlach-Stiftung am 30. September und 1. Oktober jeweils ab 10 Uhr einen zweitägigen Fotografie-Workshop. Der Kurs wendet sich an ambitionierte Hobbyfotografen und wird von dem bekannten Berliner Fotografen Daniel Höhne geleitet. Zu einer Filmvorführung und anschließendem Gespräch lädt der Verein der Freunde und Förderer des Ernst-Barlach-Theaters am Montag, dem 25. September ein. Gezeigt wird der Film Sarg des in Güstrow lebenden Syrers Karl Djörp Acker. Anschließend ist ein Gespräch mit dem Regisseur vorgesehen, danach ist ein Konzert geplant. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Ernst-Barlach-Theater. Erlieben Sie Güstrow! Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020